Hallo zusammen, ich bin Alena Pfister und bin im dritten Lehrjahr als kaufmännische Angestellte bei der FLEX-Tex AG in Uster. Wenn auch du wissen willst, wie eine spannende Lehre aussieht, dann komm mit, ich zeige es dir. Besonders hat mir im Beruf gefällt mir die sehr abwechslungsreiche Arbeit und den Kontakt mit den Menschen, um ihnen zu helfen bei Fragen, die sie nicht rauskommen. Telefonische Anfragen nimmst du von selbstständig entgegen. FLEX-Tex AG Pfister. Zusammen mit einem Kollegen darf ich ein Hundengespräch dabei sein und bei einzelnen Anliegen auch schon selbstständig den Kunden beraten. Den persönlichen Kundenkontakt habe ich am liebsten. Nach einem Beratungsgespräch mit dem Kunden bereite ich die Steuererklärung vor und gebe sie zur Kontrolle namens einem Kollegen weiter. Bei unserem Beruf solltest du sicher Freude an Zahlen und Finanzen mitbringen. Auch das genaue Arbeiten ist sehr wichtig, weil wir dem Kunden ja eine perfekte Dienstleistung bieten wollen. Wenn du ausserdem verantwortungsvoll und eine aufgestellte Person bist, dann ist die KV Treuhand genau das Richtige für dich. Jetzt hast du einen kleinen Einblick bekommen in die KV-Lehre bei der FLEX-Tex AG in Usten. Wenn ich dich neugierig gemacht habe, dann bewirte dich noch heute. Das ist die KV-Lehre bei der FLEX-Tex AG. Das ist die KV-Lehre bei der FLEX-Tex AG.